Hey, hey du, genau, komm näher, sei nicht schüchtern, wir beißen nicht. Nullius in Werba Verlass dich nicht auf Worte, sieh selbst. Glauben sie an Märchen, an Faune, Nixen, Drachen, Schneckenfrauen? An Flöhe, die durch die Macht der Gedanken ein Zirkuspublikum zum Staunen bringen? Nein? Dann ist es höchste Zeit, dass sie Lazarus' Dunkelsprung kennenlernen. Dunkelsprung, der neue Roman der Spiegel-Bestseller-Autorin Leonie Swan. Vielleicht kein Märchen.